Herr Erzbischof Wader, die Situation der Christen im Irak ist dringend. Und auch nach dem Zeitpunkt, die Menschen begannen, die Hoffnung zu verlieren. Also haben sie 5,000 Familien geblieben. Wir arbeiten mit allen Menschen von Goodwill, um die restlichen Christen in Irak zu retten. Und wir haben noch ein guter Begründer, am besten zu bleiben. Wir arbeiten zusammen, um sie zu helfen, um sie zu retten, um sie zu retten und diese Stadt zu retten. Sie sprechen auch eindeutig vom Genozid. Ja, es ist ein Genocid. Wenn man die Hände, die Schulen, die Kultur, die Sprache, die Sprache, die Monasterien, die all die Historie haben, und die Menschen in Karavans oder Tents leben, ohne eine Zukunft. Das ist ein Genocid. Aber von dieser tiefen, schmerzenden Menschen, gibt es eine Hoffnung. Es ist eine Hoffnung, dass die Leben wirklich nicht beendet werden. Es ist ein Genocid. Aber von dieser tiefen, schmerzenden Verzüge, es ist eine Hoffnung, dass Gott mit ihnen und mit ihnen mit ihnen ist. Und das gibt uns die Kraft, um weiterzugehen. Herr Erzbischof, Sie sind die Christen, die die Aramäische Sprache, also die Sprache Jesu sprechen. Welche Hoffnung haben Sie, wenn Sie daran denken und sich darauf besinnen? Wir haben gelernt, über die letzten Monate, dass wenn Sie Probleme haben, Sie brauchen die Hoffnung. Sie brauchen die Hoffnung, um weiterzugehen, um mit der Freude der Gospen zu leben. Wir wissen auch, hier in der Westen, dass es Probleme gibt, und es gibt viele Sorgenen und Krise. Wir können Ihnen sagen, sei stärker in Ihrer Hoffnung, behalten Sie auf die Freude des Gospels, und wir werden überleben. Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, Sie sagen etwas in der Aramaischen Sprache. Ich würde sagen, Peace to all. Shlama to all of you. Shlama to all of you. Thank you.